. 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 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, wir würden gerne ein bisschen Haschisch kaufen. Wie bitte? Ja, also so Pottmann, so Smoke, Haschisch, Weed, so Birnenkram. Ja, so richtig was zum Abfliegen. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen kein Haschisch verkaufen. Das ist aber schade. Haben Sie vielleicht Koks? Was hat er? Jo, Schneemann, Schneemann. Auch kein Kokain. Was ist denn mit Speed oder Ecstasy, hm? Das auch nicht. Ah, du Scheiß. Da gibt es sicher was von Ratio Farm, oder?